nochmals einfach mal verlassen ich wollte eigentlich mal meine Mails checken wenn er sagt mir neue Mail erhalten ist das in ihr betreten des Jagdreviers eines Datenbank Kien Kien auch irgendwas neu neue Mail erhalten kann ich nicht draufklicken geht nicht gut egal ich will kein Mail sind checken ich will jetzt weiterspielen so, eben gerade hier hat's ja den Stoff noch auf dem Mikrofon gehabt ey auch selten blöd und sehr unprofessionell semi optimal so was man, oh wir sind hier auf dem Friedhof hier, oh Gott dann nee, oh nee, wir sind hier auf dem Friedhof, geht das mal nicht so ein Saufen würde ich sagen Du bleibst hier eine Mohawk-Square wird Verdacht erregen oder noch Schlimmeres das ist nicht das erste Mal, dass ich euer Volk besuche ich kann auf mich aufpassen das hoffe ich sie scheint bis jetzt der interessanteste Charakter zu sein also von der Mimik her, von der Stimme her wir müssen ja ein bisschen anscheinend belauschen ich will da nicht stationiert sein was ist das sehr genießen oh fuck mich zeigen lassen danke gut, wo kann ich mich denn verstecken? vielleicht zwischen diesen beiden Personen hier nicht stationiert sein das ständige Tosen der Branden das Salzwasser brennt in den Augen und die verdammten Möwen kreischen und scheißen alles fort bist du sicher, dass wir da hingehen? ähm wenn Bulldog wieder eine Expedition zusammenstellt so heißt das also neuerdings Expeditionen je sehr schlau gib den Dingen schönen Namen und schon wird alles verziehen haha, eine Expedition ne, mit der Gesundheitsverlust minus 50% ja, freu mir Dann kann ich mich hier verstecken. Da, am besten hier zwischen den beiden. Okay. Interessant. Ist ja gut, jetzt haben mich alle im Visier hier. Ich gehe ja schon. Ui! Wohin willst du? Ui! Ich? Ne, dein Zwillingsbruder. Also, ich wollte gerade gehen. Batsch dir jetzt mit uns? So, dann erstmal schön weg. Den kleinen war mal rein, ne? So, dann machen wir jetzt ein Tabletop-Spiel raus. Batz gegen die Tür. So, nachgetreten hier. Bam, bam, bam. Ei! Du musst ja nicht gleich das Genick brechen, Junge. Du sollst nur batschen. Nicht das Genick brechen. in die Eier, so unfair. Da, schwert sie dir ins Zeit. So, erstmal hier verteidigen. In die Eier. Oh, ein Wrestling-Move, alter. Ja, schnervt ihn langsam, ey. Und tritt. Tritt nochmal. Scheiße. Da ist doch nix. Das war auch nicht nötig. Da ist nix. Na, die beiden? Ja. Da und so, ne? Wär echt krank, wenn er hier und sie da... Oh, hab ich 165, 165. Ja, weil ich's kann. Wenn er hier und sie da, äh... Konoha hier und so, ne? Da, wieder auf dieses ein Thema von wegen eure Mütter und eure Väter. oder deine Mutter und deinem Vater. Ja. Gucken wir mal, wie ein bisschen hier... Er springt natürlich nicht darunter. Spring. Spring jetzt ab. Alter. Spring. Alter. Spring. Alter. Spring. Das geht doch. Nicht ganz minder bemüttelt, ey. Oh, er ist über den Stein gekommen. Respekt. Vorig, ne Brücke. So. Spring. Das springt doch nicht hier. Kühe. Ja. Trink. Oh, Katze. Hi, Katze. Buh. Hehehe. Verscheucht. Kuh, kann ich damit interagieren? Eine, eine Kuh macht. Ja. Leute, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Es ging normal nicht. Musste jetzt sein. Hops. Und... Hops. Hops. Bist du auch so schwer, so ein Pferd, was ein bisschen Stimmungsschwankig unterwegs ist und sich gleich die Farbe wechselt so? Oder? Bleibst du jetzt einfach mal bei diesem... ...egelhaften Farbton. So, wo kann ich denn hier? Und so. Springt er da? Nein, natürlich nicht. Runter da. Alter. Alter. Diese Steuerung. Da runter. So. Übers Wasser. Einfach nur aus Frust gehst du jetzt ins kalte Wasser rein und blödes Mistvieh. Hier. Hier. Vorsicht Baum. Scheißer. Oh. Wenga. Ja, ich... Wow. Na super, geht's hier nicht lang. Ah. In lang. Ich... Irgendwo lang. Ich glaube, hier könnte es gut sein. Zumindest mal. Ja, es funktioniert. Okay. Schöne Gegend auf jeden Fall, doch. Auch wenn man so leicht, äh, so schnell neben vorbei reitet, man sieht jetzt nicht so, dass es nur einzelne komische, na weißt du ja, schon platte Teile sind, sondern dass es wirklich ordentlich verarbeitete Grashelme und sowas sind, das ist schon toll. Nutze den Schneesturm, um dich zu tarnen. Hast du etwa Zweifel? Das nicht. Aber ich muss vorsichtig vorgehen. Geh schon, los. Ich halte von hier Ausschau. Ich verstecke mich in den Karren. Karren? Schlau hast du? Guck mal. In den Karren. Reh! Hier, wir sind zurück. Ich bin super versteckt, auf jeden Fall. Ich höre auch was. Ah! Der Karren. Dann schlavenzeln wir uns einfach mal rein, würde ich sagen. Sieht mich nicht. alter, guck hier rein. Was ist denn der Park? Habt ihr eine Ladeliste? Wenn ihr wünscht, haben wir sieben. Das ist alles zwölf. ich bin hier drinnen du musst hier reingucken gleich bin ich weg gleich bin ich durch guck jetzt hier rein guck doch rein ja super zu spät super gemacht den will ich sofort feuern ganz ehrlich wo ist denn wir drinnen kann uns sabotieren keine Wachen töten ähm Endstation so dann schauen wir mal wo wir hier lang müssen scheint müssen wir da was verhören aber da kommt schon einer auf uns zugedödelt das geht also schwer ey guck hier ich bin hier guck doch mal guck doch ach man sind die alle doof hier okay er bleibt jetzt hier stehen das heißt wir schlagen sind so kurz hier können wir hier durch ja wir können hier durch und halt geweckt nein ich bin weg ah kann ich die jetzt eigentlich sofort töten oder ne funktioniert nicht so ganz au au arschloch gut das war schon mal sehr doof vielleicht vielleicht der grey grey ist mit am start okay wer es kapiert liked sofort hat hat er welchen Grund er sagt eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung die Franzosen abziehen zu lassen verzögere nur den unausweichlichen Konflikt in welchen mir derzeit die Oberhand hätte das mag ja sogar stimmen so ungerlich ist zugeben denn noch sieht er nicht wie töricht das ist es behagte sich ja nicht auf weit weg von der Heimat und der dritten Partei und ich rüchte Bruders Brutdorf macht ihn leichtwillig ich höre nicht mehr ich möchte keine Mutter oder Witz für die Todesnachricht bringen nur weil Bulldog sich etwas verweisen musste na super es kommt auch einer jetzt kann ich den nicht verfolgen ja super was soll ich da machen ey immer noch ja warten wir mal bis der vorbei ist was soll das denn jetzt blöd ist jetzt hören wir doch den ganzen Text nicht mehr na super großes Kino ok ich werde trotzdem nochmal weiter zu gehen ja toll jetzt gehen wir mal ganz schnell hier rein ok was soll ich machen ok den müssen wir eliminieren fürchte ich und dann und dann wir haben auch nach Norden wird auf eine Abschluss der Pläne liegt im Demandowelt falls ihr sie sehen möchtet ich habe versucht ich weiß ich weiß ok komm ich sie ich muss sie finden ja dann sucht man die Karte weg hier scheiße Stürm keine Wachen töten fuck dumm egal so dann sabotieren wir mal würde ich sagen du Hosen so komm ich da muss ich eigentlich lang jetzt ich jetzt das da haben will ist da ein Tunnel durch haust jetzt mal wieder ab da muss ich das was ist jetzt das Hauptziel was ist das Hauptziel ich geh jetzt einfach mal hier runter ich bin auch voll gegen die Mauer gejumpt ey so jetzt will ich mal kurz gucken ich habe keine Ahnung was das Hauptziel ist so warte mal jetzt sehe ich ja gar nichts äh warte mal wenn ich warte mal ich muss mal ranzoomen hier vielleicht funktioniert das ja ja das funktioniert ach das ist das Sekundärziel das ist das Zielort ok gut wir werden uns natürlich erstmal das Sekundärziel Sekundärziel kümmern jetzt hier von einem Ort und den anderen Ort schleichen dumm 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 hopp hopp so geh du mal weg jetzt äh äh nein nein wurde da alter du sollst den meucheln danke nein alter großes Kino ey ja oder halt äh in einem Busch in einem Busch ja das haben wir geschafft ja äh Jiko ja der Kater wollte auch mal Hallo sagen so jetzt haben wir das Hauptziel noch vor uns ja feine Karte ja bisschen feiner Karte das sollen wir mal weiter machen hier ähm so die Gegner die sind da noch mit nur sich zu uns äh mit nur Rücken zu uns weil man schön und so ne und so ne so jetzt kann ich da hoch ne ah steh oh Gott ich werde einfach müde Leute ach soll ich jetzt direkt verstecken und direkt verstecken hm da unten steht die Wache diese Wache holt jetzt ab ja genau so genau das hatte ich jetzt geplant so hm da oben vielleicht vielleicht die Wache was macht er da egal Alter da kommt die nächste Wache ich hab ne Idee davon muss der jetzt aber erstmal verschwinden so erst verschwindibus direkt hier rein weiter geht's vielleicht kann ich ja von hier oben aus runter springen nein kann ich nicht so kann ich hier na scheiße und hier kann ich hier so jetzt bin ich jetzt hier runter ne geht auch nicht scheiße hier hier Untertitelung des ZDF, 2020